Ich bin der Toni, ich bin 19 Jahre. Ich mache die Ausbildung als Krankenpfleger, weil ich gerne kennenlernen möchte, wie Menschen auf verschiedenen Ebenen sind, das heißt Kinderkrankenpflege, normale Krankenpflege und Altenpflege, einfach um zu sehen, dass gewisse Faktoren anders sind als wie in den anderen Bereichen. Man ist da für den Menschen in den Zeiten, wo es einem schlecht geht. Ich sehe es als meine Aufgabe als Krankenpfleger, für sie da zu sein, emotional sowie körperlich und sie auch dabei zu unterstützen. Man lernt immer wieder was Neues und einfach allgemein das Fachwissen zu erweitern, das finde ich sehr wichtig. Das kann man im Klinikum in Weiden machen. Man verdient nicht schlecht in der Ausbildung und zweitens, wenn man einfach gewisse Sachen angeboten bekommt, die man in anderen Gebieten nicht sieht oder halt nicht gezeigt bekommt und das ist halt in der Krankenpflege so, dass man sieht, was da hinter den Kulissen wirklich abläuft. Untertitelung des ZDF, 2020